Ich lerne Deutsch. Nummer 4970 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe die richtige Brille für mich gefunden. Die Gläser sind aus Kunststoff und der Rahmen ist stylisch. Ich habe die richtige Brille für mich gefunden. Ich habe die richtige Brille für mich gefunden. Die Gläser sind aus Kunststoff und der Rahmen ist stylisch. Der Kühlschrank ist leer. Ich habe vergessen, Lebensmittel einzukaufen. Der Kühlschrank ist leer. Ich habe vergessen, Lebensmittel einzukaufen. Ich habe dich im Seminar gesehen. Welche Fachrichtung möchtest du studieren? Ich habe dich im Seminar gesehen. Welche Fachrichtung möchtest du studieren? Es ist genau wie damals, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Gestern kam der Kran und hat die Klimaanlage auf das Dach gesetzt. Gestern kam der Kran und hat die Klimaanlage auf das Dach gesetzt. Jetzt muss sie nur noch angeschlossen werden. Wir halten zusammen und wir planen das Ganze gemeinsam. Barkeeper müssen in der Lage sein, in einer geschäftigen Umgebung und unter Druck zu arbeiten. Barkeeper müssen in einer geschäftigen Umgebung und unter Druck zu arbeiten. Der Angler steht knietief im Wasser. Der Angler steht knietief im Wasser. Der Angler steht knietief im Wasser. Die tägliche Visite am Krankenbett beginnt jetzt. Die Patienten warten schon auf uns. Die tägliche Visite am Krankenbett beginnt jetzt. Die Patienten warten schon auf uns. Die Patienten warten schon auf uns. Was sollen wir heute unternehmen? Hat jemand einen Vorschlag? Was sollen wir heute unternehmen? Hat jemand einen Vorschlag? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das war's. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.